und dafür da auch noch irgendwie einiges so das ist gesammt ja okay ich glaube wenn wenn er fehlt machen wir sonst ganz zum schluss noch gut dann heißt es eigentlich nichts wie zum ausgang und in welt zwei hallo okay ich wollte schon sagen was mache ich denn für den quatsch da will ich nicht hin wo fliege ich denn eigentlich hin hallo was mache ich denn ich habe gerade die oren tue verloren warte mal wo war der ausgang irgendwo hinter mir oder ja da eben war ich plenplem im kopf obwohl das nix neues ne das kostet energie egal talcassabra obwohl warte mal ich meine aber hallo ben da war was mit piratenschädeln nein warte mal geh noch mal rein ich habe noch eine idee ich will noch was überprüfen ich will noch was überprüfen ich meine mich ich habe mich zu erinnern es gibt es gibt hier noch ein secret ähm hallo spiel äh hallo was ist denn jetzt los spiel geht gar nicht mehr auf mich ich habe es mal gespielt gehabt aber schon länger her aber noch nie alles und mein ziel ist es jetzt halt alles abzuschließen ich meine es wäre es gäbe ein secret in dem level in dem level und zwar in jedem level gibt es eigentlich eins und so ein piraten toten kopf genau den piraten kopf hallo warum reagiert denn mein controller nicht mehr hallo warte mal mein controller reagiert nicht mehr was ist denn da los hä mein joystick funktioniert nicht mehr hallo mein joystick funktioniert nicht mehr hallo was denn quatsch ist das denn was denn quatsch ist das denn ja ist ja gut das ist komisch hier hat mein controller eben funktioniert aber wenn ich joker steuern wollte ging gar nichts ich brauche erstmal der hilfe in der gestellt dass das spiel nicht gemacht hat was ich wollte ah was ein scheiß ben danke fürs folgen na also jetzt bewegt er sich wenigstens also ich meine der ist richtung rampo gewesen er zieht dich hier so irgendwo ne oder nicht doch warte mal da 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 hey kamera da drinnen oder ja ich hab sogar noch richtige in erinnerung nice müssen wir sowieso hin weil wir haben ja von dem eis äh von der eis wird auch ein teil noch nicht gemacht sehr am backtracken so fertig aber jetzt mit tribal stock oder wie das hier hieß bam 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 talepo mario ha 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 so wir haben was wir haben schon fast wieder die hälfte der springzeit heute rum hey lecks mich haben hier ne arsch hier wie das rum geht da trinken wir mal einen schluck stay hydrated das habe ich eh noch alle schneiden und auf youtube stellen ach ist das nicht toll so padabada ich wollte schon längst eigentlich mal mein twitch interface upgraden das ist ja immer noch von vor 30.000 jahren aus der vergangenheit macht habe ich es nicht hei der witzger ne wir müssen eigentlich in der oberwelt auch noch pages sammeln das mache ich zum schluss ich mache jetzt erstmal die welten vervollständigen warte mal warte mal ich will mal was überprüfen gibt es in highry towers das klingt echt wie so eine kreuzung aus grunty slayer und die minions also gut ich weiß das sieht ja auch der boss aus ne also wenn wir mal ehrlich sein sollen was machen die mit den armen bücher ich meine wenn die von stephenie meyer sind werden ok da kann ich ja verstehen aber sind hoffentlich nicht viel bestseller so anlass die king so fangen wir mal mit vervollständigen von aufgaben ich hab ja in dem ganzen heck meck noch gar nicht so viel im schloss gemacht nein was was tausten du jetzt das bringt mich gerade auf eine idee was ich mal machen muss hier unten irgendwo war doch ein ghostwriter hat sieht euch das war ein weitläufiges areal und dann ist hier nix ich weiß dass ich irgendwo einen gehörte aber wie ist was geben wir erstmal ein schloss komm hab ich gerade bock drauf mit dem fliegen kannst du echt halt alles abkürzen ne das ist auch eine Werte geben ich weiß jetzt noch nicht mehr wo der bereich war wo ich eigentlich nichts machen konnte haha ihr könnt mich mal das ist eigentlich alles voll gecheatet so wie ich jetzt abkürze hier haha backtracking a la card nein mit euch will ich nichts zu tun haben warte 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 nein halt ich wollte eigentlich in die andere richtung irgendwo ach eigentlich theoretisch können wir auch so abkürzen dachte ich zumindest wo das total total nice scheiße äh spiel hallo das hört ihr drauf oder what the fuck was war das für ein bug eben heute ist der stream ganz dem zeichen ganz im zeichen des glitschens ja wieso wieso bin ich denn jetzt außerhalb des welters wieso war das der knotten punkt spiel verarsch mich dann will ich doch mal was anderes schauen da unten ist eine hülle der waschungsgrenze gehen wollen wir die doch mal anschauen was ist denn mit meiner nase oh nein und die hülle ich mich hier gab es auch den piratenschädel irgendwo ne glaub ich sogar ich habe das ganze ein bisschen erträglicher hier wohooo hey 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 hallo hallo hier weiß ich noch nicht genug ja Hallo? Oh, come on. Ach so. Ja, ist ja gut. BANANARAMA! BANANARAMA! You know what. Das kürze ich jetzt alles ab. Da bin ich echt froh, dass ich jetzt die Flugfähigkeit habe. Oh nein. So ein Typ. Ah ja, da rum. Hilfe! Ja, ah, ah, uh. Alter. Willst du mich denn mal verarschen mit diesen scheiß Augen? Nein! Ist das nicht? Braaa! Ha, 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 ha. Oh, nee. Ich muss ganz hier vorne starten. Oh, nee. Ich muss ganz hier vorne starten. Nein, Hund. Lass es gut sein. Ich esse sonst deinen Knochen. Nimm deinen Knochen weg. Ey, ich bin nochmals im Streaming. Kannst du mal aufhören? Montags 18 bis... ...sonst schon zu bellen da draußen. Kann ich was abkürzen? Das war keine gute Idee, gell? Was ich eben gemacht habe. Sinken, sinken, sinken. Bitte. Na gut. Eigentlich sind die Sachen hier teilweise noch hell genug. Hör auf jetzt! Ey. Jung. Ich nehme auf. Ja. Waa, 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 waa. Genau. Waa, 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 waa. Muss er zum Zahnarzt oder was? Oh, scheiße. Ich meine, ich muss mal einen Zahnarztermin verlegen. Weil als ich den gemalt habe, muss ich den nicht erst auf Handbelang haben werde. Ich habe da irgendwas gesehen. Da ist der Totenschill. Der Brandschill. Dann hätten wir das doch auch. Und aufhören. Warum habe ich mir eben so schwer getan? Denn das hab ich ja noch hier lernen können.